Pünktchen und Anton und die Flüchtlinge Hallo und Tag, wollen wir spazieren gehen? Ja, gute Idee. Guck mal, da sitzen zwei Kinder. Okay, komm, wir gehen hin. Hallo. Wie heißt ihr? Ich bin Anton. Ich bin Pünktchen. Ich heiße Terry. Und ich heiße Janina. Lass zum Strand gehen. Ja, okay. Hurra, das Wasser ist warm. Morgen um dieselbe Zeit? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020